Hi, ich bin Klara, ich bin eine von drei Vertretungsberechtigten des Radentscheid Essen. Der Radentscheid ist im letzten Herbst entstanden, weil ein paar Leute, die alle Bock auf Fahrradfahren haben, haben uns zusammengetan und überlegt, was können wir tun, damit die Stadt fahrradfreundlicher wird und es ist noch mehr Spaß, sich hier in der Stadt mit dem Fahrrad zu bewegen. Daraus ist dann dieses Bürgerinnenbegehren entstanden, das sich für bessere und vor allem sichere Fahrradwege in der Stadt hier einsetzt. Und ja, ich selber bin Studentin und würde mir einfach wünschen, dass die Stadt Essen noch attraktiver für Studierende wird und ich bin ganz sicher, dass mehr Fahrradwege dazu beitragen können. Deshalb sammelt alle mit, gebt uns eure Unterschrift, drückt euch unsere Unterschriftenlisten auf unserer Website aus und verteilt sie an alle eure Freunde, Bekannte, Familie, in der Uni, in der Schule oder unterschreibt in einer von über 200 Sammelstellen der gesamten Stadt, so Restaurants, Geschäfte und so weiter und die findet ihr auch alle auf unserer Website und wir freuen uns über jede Unterstützung.